Die Leuchte Cara von Lampenwelt.com stellt sowohl eine fantastische Leuchte als auch ein wunderschönes, goldenes Kunstobjekt dar. Die vier eingebauten LEDs leuchten in einem behaglichen, warmweißen Licht, wie einst bei der Glühlampe, und sind mittels eines Phasen-An- oder Abschnittdimmers dimmbar. Die drei Metallringe mit goldfarbener Schlagmetalloberfläche bilden den Körper der Leuchte. Jeder der drei Ringe lässt sich separat verstellen, sodass Sie die Leuchte individuell auf Ihre Wünsche anpassen können. Die Cara wird komplett in Deutschland hergestellt und ist exklusiv bei Lampenwelt.de erhältlich. Nicht nur in Gold, sondern auch in angesagten Kupfer- und edlen Silberfinish.